Gottbühe Deutschland – Pegis Baby ist da! Gottbühe Deutschland – Pegis Baby ist da Nach langen neun Monaten schwebt das Paar nun endlich im siebten Baby-Himmel, die Liebenden sind gestern zum ersten Mal stolze Eltern einer kleinen Tochter geworden, wie sie jetzt mit einem extrem süßen Schnappschuss auf Sozial-Media offenbaren. Gestern nach vielen Stunden ist unsere kleine Prinzessin gesund mit stolzen 3110 Gramm zur Welt gekommen, schwärmte die neue Mami auf Facebook. Dazu postete das TV-Gesicht das erste Bild ihres Sprosses, ihr Spatz ist auf dem Fotodick eingekuschelt in eine pinke Wolldecke und blickt ganz neugierig in die Kamera. Wir können unser Glück nicht in Worte fassen, kommentierte die Reality-TV-Darstellerin ihren Post weiter. Den Namen ihres Kindes verkündete jedoch noch nicht. Tage zuvor heizte die TV-Auswanderin mit einem ganz besonderen Schmuckstück für ihr Töchterlein die Namensgerüchte Küche an. Auf dem goldenen Armband ließ sie nämlich die Initialen JJ eingravieren deuten die Buchstaben also auf den Rufnamen ihres Knirpses hin? Bestimmt wird diese Frage in den nächsten Tagen geklärt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017